Wir glauben an die Gemeinden. Wir hoffen, dass sie ihr Land von unten nach oben aufbauen. Dass wir den Menschen in der Europäischen Union zeigen, dass es genau so ist. Wir haben uns da nur noch in der Europäischen Union, in der Europäischen Union, in der Europäischen Union, in der Europäischen Union. Erhalten Sie initiative. Wir werden das ganze Initiative. Modernisieren Ihre Gemeinden. Modernisieren Ihre Gemeinden. Gute Schulen. Nachrichten Sie eine gute Hochschule. Eine gute Gruppe Schule. Und Initiative. Und Initiative. Dann klappt das. Und Erkennen Sie, dass Sie alle gemeinsam in einem Boot leben? Es gibt eine Präzise, dass es wie wir jetzt sind. Es ist ja nicht so jetzt nicht da. Wenn Sie alle sagen, dass Sie in der Europäischen Union sind, werden Sie feststellen? Aber wir haben gar nicht eine gute Idee, wo Europäische Union ist. Und das ist eine große Konstellation. Dass die ethnische Zugehörigkeit oder die religiöse Zugehörigkeit nicht das Wichtigste sind. Dass die ethische Präzise und die Präzise nicht mehr realistisch ist. Dass das nicht mehr wichtig ist. Und es zählt viel mehr, was im Kopf und im Herzen liegt. Naja, wenn Sie alle wissen. Es drohen Sie alle immer zu glasen. Und so funktioniert Europa. Und so funktioniert Europa. Und ich freue mich, dass Sie einen dynamischen Zugehörigkeit und eine dynamische Meinung haben. Die mit Ihnen in die richtige Richtung marschieren wollen. Und Sie wollen mit uns zu tun. Und Sie wollen mit uns zu tun. Und inzwischen in Europa, in der Europäischen Union, ist ein Platz für sich. Jetzt. Die Europäische Union und die Europäische Union haben sich nicht mehr Platz für Sie. Lassen Sie sich dabei von niemandem abhalten? Ich nehme mich. Da war es nicht von einem Punkt, dass Sie trauen. Ich habe niemanden in der Region verholen. Ich muss Ihnen nicht, dass Sie uns nicht mehr zu tun. Wir freuen uns. 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 Vielen Dank. 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 Ich bekomme nur Taschengeld. Ich bekomme nur Taschengeld. Ich bekomme nur Taschengeld. Ich bekomme nur Taschengeld. Das ist die moderne Ehe. Die Frauen haben das Geld und die Verwaltung. Ein Gemälder. Zene im nomen neuen O mai und sie fahren und ich machen, aber ich muss das noch nicht mehr zu können. Und ich bin mir da noch so etwas zu tun. Und ich werde nur Taschengeld machen. Ihnen noch nicht mehr tun. Das ist die komplette Menschen. Die делают die und die wir hier im Engineering. Ich bin ich nur Taschengeld. Er ist Leiter einer Bauchung, eines Bauunternehmens, und er ist auch Mitglied von Sorn. Bravo. Wie schön wir uns zusammen zeigen, heute ist ein Massorbau von Sorn. Guten Tag. Das ist der Ingenieur. Das ist der Ingenieur. Guten Tag. Herr Jandric. Ich muss noch kurz nach beobachten, dass die Sorte renovieren können. Das ist der Schwung, den haben wir erst mal wieder aufgebaut. Und wenn du dann mit allem fertig trinkst, dann wird das etwas ähnliches sein wie in Strasbourg. Aha, bravo, sehr gut.